Alles vorbei. Warte einfach den Konzester an. Ist gut. Jetzt steckst du. Was ist denn los? Ja. Drei Stück. Zwei Passiere, ja. Nein. Oh, oh, oh. 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 Ein langes Flucht. Oh, nein. Oh, nein. Da war ich mit Ihnen, da war ich auch. Ja, nein. Oh, nein. Zack, 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 zack. Warte, 20 Cent im Einsatz, ne? 80. 80. 80 Cent? Oh, flabber nicht jetzt weg. Sieht da da. Ja. Jetzt. Ja. Ja. Ein Wix. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Das war schon eine andere Liga, ja? Ja, wir sind hier in der Höhle des Löwen. Unglaublich. Es gibt doch gar nicht die Freispiele, wenn du nichts gibst. Das war ein Dreier, oder was? Wollte Hure, vier Stück. Wieder drei da gewesen. Ja. Eben hat sie. Ja, das war allerdings. 15 Euro. Wir sind mitten drin im Betrieb, oder? Wir warten. Zack. Komm. Alexander? Nein. Was ist denn das? Aber das reicht jetzt noch nicht mehr für ein Sparmenü. Ja, doch. Das macht aber so herbstschmerzig. Die Diffelt rein. Jawohl. Das ist groß. Voller Lutscher. Mal zwei. Ich esse ein Steak gleich. Oh Mann, Alter. So halbe Stromberg. Und jetzt noch mal zwei. So. Was hat denn, Alter, jetzt einen Monat, oder? Groß Neues, dicke. Puffi. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Bücher auf 10 Cent. Schönen Tag. 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 Ich weiß, was da geht nur ne deftige Verlängerung, ne? Ja, symbolisch Schrott. Was ein dreckiger Lauf, ey. Oh, das schlimmste Lauf im Rauf. Hamai. Er kämpft jetzt hier an meiner Baustelle weiter. Ja? Nicht zu glauben. Geiert hier noch weiter um. Da ist immer noch ne leichte Echzung drin. Mein Vorbild geniebt schon. Also unglaublich, dieses Gerät. Das schmeckt schon wieder hier an meinem Automat ab, zweitemal. Ich kauf mir immer hier die Kisten ab und schmink meine ab. Das kann kein 30. Ja. 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 Dünn, die können. Eins, zwei, drei. Vielleicht verlängern sie einmal. Hoffentlich. Oh, schon wieder vier. Da geht keiner. Ist dann los? Und? Immerhin. Füllt er noch.